Norddeutscher Rundfunk 2021 Mainzer Boden. Der Abstiegskampf wird immer grenzliger. Unfassbar schlechte Hinrunde, nach der niemand gedacht hat, dass wir noch in der Klasse bleiben. Die Mainzer Visere hat seinen traurigen Höhepunkt. Im Winter hätte das niemand für möglich gehalten. Diesen Satz, den wir dann auf den Hemden stehen gehabt haben, niemals aufgeben, das wird für immer präsentiert. Das wird bei uns bleiben. Das wird für immer jetzt mit Mainz 05 in Verbindung gebracht werden. Mainz 05 ist an der 2. Bundesliga-Sendung. Mainz 05 ist aufgestiegen. Yeah! Ja! 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 Vielen Dank.